Ach jetzt. Zehn Stück, ja. Kannste einsammeln. Ja cool, dann wachsen die doch ein paar. Spawn die doch ein paar. Hm? Wo muss ich hin? Zu uns? Wenn du aus der Tür... Oh ja, alle auf einmal. Alle drei zu schaben. Du kannst sterben, theoretisch, und dann das spawnen. Und dann ist es hier im Bett. Also wenn du von unserem Zuhause aufs Meer guckst, gehst du rechts lang und hast das Wasser immer auf der linken Seite. Ja! Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Hier geht es jetzt alle drei zusammen, nicht mehr aus dem Kopf. Oh ja. Oh, ich hab Fleisch im Winter. Alle drei zusammen gehen hier nicht mehr aus dem Kopf. Das ist aber auch. Könnte eine schwere Kost werden, meinst du, ja? Ja. Ein bisschen mehr Essen mitnehmen sollen. Atti macht das schon. What? Wegen Essen. Du wirst doch immer noch was am Kauen, hallo? Du bist gemein, ich hab auch Hunger. Bring mal was mit. Sei nicht so egoistisch. Kräuterkäse? Und... Schmierkäse? Schmierkäse? Schmierkäse ist gut, ja. Der ist... Wow. Krümel im Hals. Jawohl. Ersteckt an einem Kräuter. Hast du dir wehgetan, Bronto? Stehst du da so? Soll ich denn da drinnen in der Höhle mal eine Kiste aufstellen? Der steht auf dem Stein da. Au, au, au! Ich hab hier... Ja, können wir machen. Ich hab hier ein Zelt aufgebaut. Der steht auf dem Stein. Dann können wir da drinnen schon mal ein paar Ressourcen lagern. Ja. Dann würde ich mich auf Wanderschaft gehen und schon mal sammeln. Wie lang muss ich denn gehen am Wasser lang? Wie lang muss ich denn am Wasser lang gehen? Deutsch. Der Zatzbau. Ich muss ja Stopp sagen. Okay. Jetzt darfst du mich dran vorbeigehen. Außerdem ist da ein Alu. Ich komm da gar nicht dran vorbei. Ja, die Alu sehe ich auch hier unten dran. Die sind an dem kommenden Steg da. Wollt ihr was abnehmen? Ich bin fast da. Okay. Aber hier war da vorne... Dieses Pferd war doch hier auch? Machst du dich grad lustig über mich? Nein, ich rede vom richtigen Pferd. Nein, nein, ich meinte Warner, der geht mir hinterher beim Langsunggehen. Ah, da ist nur ein Bett drinnen. Wo ist denn die Kiste? Ja. Ich hab noch keine Kiste gebaut und die wolltest du bauen. Was? Achso. Ja, doch, Moment. Ich guck mal, ob ich sie bauen kann. Wie zählt man die Pferde? Kann man das auch mit Mecho-Bär machen? Nein, geht nur mit Karotten. Ist doch Ratsche. Machen wir mal zwei, dann machen wir mal drei. Oh, hier ist der. Ja, mach mal richtig. Ja, mach mal richtig. Gigano-Tor. Ja. Da bist du aber schon fast richtig. Ja, ich schon. Wenn ich jetzt wüsste auch. Gute Nacht, Annegern. Schlaf gut. Gute Nacht. Nackt. Nackt. Das fällt dir jetzt jetzt auf. Nein, nein, Kompi. Nein. Ach, du hast auch nackt gesagt. Nackt. Ja, ja. Kompis. Gärtner natürlich Zepa. Klugscheißer. Ich feuere da mal alles rein. Ja, ja. Können wir ja nachresortieren. Ja. Mach ich jetzt nämlich auch. Holz nehme ich mit. Wasserschlauch. Kannst du den nehmen, wenn du brauchst. Ich hab, ich hab. Okay. Oma, oma, oma. Oh nein, ich bin wurschtlos. Nein. Ich hab jetzt immer ein bestimmtes. Ey, jetzt sehe ich deinen Charakter vor mir und dein. Okay. Oh nein. Ich muss jetzt immer an den bestimmten Typen denken. Nicht gut. Okay. Jetzt fang ich damit auch an, ey. Okay. Nein, Hatti. Nein, bitte nicht. Oh, don't. Oh, wow. Hatti, du kannst direkt spawnen, wenn du möchtest. Im Bett. Ich will meine Sachen holen. Okay. Ich will nackt sein. Ich will meine Sachen holen. Ich will nackt sein. Oh, was ist denn die Sachen hier? Ich bin gerauscht. Ich hol mal das Fleisch und so aus dem Feuer, ne? Oh, bekomm ich dir jetzt einmal in den Sachen. Feuer. Oh, ich hab gepfiffen. Okay. Entschuldigung. Was ist denn los mit dir? Quatsch ich nicht. Man, ich hab PT-Level 135. Ich würde dich ja mitnehmen. Was für ein Level? 135. Ja, würde ich auch nicht. Da läuft was Nacktes. Wer bist du? Hallo? Hallo? Mit einem Loch im Bauch? Nein, es hat was an. Mann, es will mich schlagen. Hilfe! Was? Warum willst du mich immer hauen? Was hab ich dir getan? Da ist die Brücke. Ja, hat die. Ja, warte mal. Ja, ich bin ja da gespawnt. Ich weiß nicht warum. Achso. Öh. Okay. Du bist eigentlich mal ganz wichtig. Ne, wieso, Freaky? Ja, Entschuldigung. Was? Im Unterbewusstsein sagt er die ganze Zeit, okay. Was? Kriegst du gar nicht mit? Er sagt die ganze Zeit wirklich. Egal, warte so. Okay. Okay. Ich hör gar nicht zu. Danke. Ja, gerne. Du machst mich fertig. Wolltest du gerade schon wieder sagen. Okay. Nein, bei ihm klingt das wie dieser farbige Typ, der steht. Okay. Okay. Genau. Wenn der Körperbau deines Chars nicht gesund aussieht, aber das ist ja nicht magersüchtig. Oh, weil ich ein Vespital hier habe. Wow. Wow. Just wow. Äh. 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 Hatties Charakter ist gesunde 180, 20, 180. Ja, ja. Ja, ja. Hallo, Hattenhörten. Das sieht nicht gesund aus. Ach, Pabla Pab. Hallo, Niro. Nabelt. Die Baller Puppe. Kann man bei euch mitmachen. Ich glaube, noch ist Platz, oder? Ja. Du bist erschöpft. Zum Kacken reicht's noch. Ja. Zum Kacken reicht's noch. Wow. Was heißt denn, du hast gekackt? Ah. Ich hab ein Pferd gefunden. Wow. Komm, komm her, komm. Es rennt hundertprozentig weg. Sei ruhig. Okay. Lass mich, Mann. Lass mich schädigen. Okay. Nein. Mann, alle wollen mich schlagen. Ruhig, ruhig. Ich bin am Pferd. Oh, hier sind zwei Pferde. Ruhig, ruhig. Ich bin am Pferd. Verstehst du? Oh mein Gott. Nein, ich wegrenne. Was war da? Oh Mann. Mensch, Warner. Du hast so... Oh Mann. Du rennst sogar beide weg. Wieso ich? Ja, weil du gesagt hast. Okay. Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab das nicht zusammen. Fuck you. Ach, hier oben sieht mich keiner. Du bist jetzt hingerannt, dumm Sing. Entschuldigung. Nein, nicht du. Das ist ein Seepferd. Komm zurück. Sorry, ich sehe es wieder. Ist nicht ein Seepferd? Das ist gut. Ich hab die extra auf einem Server. Wir sind auf einem privaten Server. Gut, dass ich es sehen kann. Sonst wäre es ein Blindpferd. Oh Gott. Das ist genauso wie die Taube, ne? Das sind ganz viele Pferde. Okay. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Bleib da. Ah. Ähm... Mini-Dimage. Ja. Siehst du? Okay. Oh Gott. Ja. Holz liegt da zusammengefaltet auf dem Schuh. Ah, jetzt hab ich kein Holz mehr. Ja, ja. Nein, ich hätte noch draufsteigen müssen. Nein. Du hast gekackt. Ich hab's so verkackt. Ja. Sie haben Burst. Jo, wir werden halt noch weiter weg, du dummste Ding. Warte an. Erste Karotte essen, dann abhauen. Das ist ja total unfies. Ich hab's hier nochmal. Muss ich den V2-Bären direkt geben oder E drücken? Bei was meinst du? Beim Zählen. Vom Pferd. Überhaupt keine Mejo-Bären. Das geht nur mit dem Barten. Nein. Ja, aber passiert nichts. Du kannst damit nicht zähmen. Das Einhorn musst du durch mit Mejo-Bären. Ah, okay. Echt? Hast du das Einhorn gefunden? Oh, ich hab auch ein Pferd gefunden. Das backt hier rum. Was backt das denn? Kuchen. Mutterfüßchen. Wow. Ein Glas Muttermilch. Lecker. Ein Böckkuchen. Ist das ein Rot-Rot-Schwarzes gewesen? Braunes, komplett braun. Ich glaub, das war das andere, wo ich gefunden hatte, das Zeug abgehauen. Ist aber auch hübsch. Ja, ist auch hübsch. Ich wollte das jetzt abgehauen. Macht's, wir haben zwei Mops drauf. Ich weiß doch nicht, wie die heißen. Faktor Plus und ein Resource-Stack-Mod. Aber das legt er sich automatisch runter, oder? Ja, wenn er drauf connectet. Was soll ich jetzt fallen? Ob das an diesem Window-Mode liegt, dass das im Stream so ruckelt aussieht? Weiß ich nicht. Ich hab ja das gleiche Problem teilweise. Hast du auch Windows? Ja, mach ich immer bei den Games. Wenn sie es zulassen. Brauch halt mehr besorgen. Na, das andere zeigt er mir nicht an, das Standard-Park im OBS. Was? Jogi-Bär? Megalan, ja. Wow. Was ist das? Die Echsen. Diese großen. Ach ja. So, pass mal auf, Pferd. Wir probieren es jetzt nochmal mit uns. Oh. Brrrrr. Ach, hab ich hier so einen Stamm gechattelt? Ne, global. Du willst auch direkt, was? Du willst auch direkt die großen, was? Ja, ja. Gechämtes Lut. Schattenmensch, danke für dein gechämtes Lut. Ah, da fällt ich mal ein Boy, ne? So. Jetzt bin ich mal wieder anders, ne? Irgendwo müsste ich hier ein Päckchen von mir liegen. Da ist, äh, 200... Nein! Was hast du denn mitstellt? Sind da drinne. Ich war drauf und hab's verkeckt. Was hast du bestellt, Marla? Was? Was du bestellt hast. Mann, 228 Holz hab ich bestellt. Ja, ich hab's gefunden, danke. Ne, das war Holzkohle. Furg. Furg. Ah, ehrlich. Jetzt ist es weg, Mann. Wo gibt's Möhren? Jetzt hast du ganz viele Post-and-Brief-Kasten, wo du jetzt... Normalerweise musst du Möhren selber anpflanzen, aber hier auf der Map gibt's zwischen Reihen und irgendwo Felder, wo es dann Kartoffeln und Möhren wachsen. Hat du Möhren? Hat du Möhren? Ich brauch Möhren. Hat du Möhren? Nee, Maschmaschine. Oh, Möhren. Möhren. Oder Möhren. Ist das Möhren? Oder Möhren. Oder Möhren. 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 Du meinst, du kannst mit, wie du kannst, wenn's geht. Ja. Tu mal lieber die Möhren. Au. Die Möhren im Außenglas. Mann. Das Paket ist weg. Das ist sogar ein männliches Zepra. Und dann reite ich nackt am Strand entlang. Piramontisch. Die Mähne wallet im Wind. Gott, warum hab ich jetzt die Bonanza-Melodie im Kopf? Schiert. Jetzt ist das Holz weg. Boah. Ein Pirschen? Durch den Busch? Das hat Busch gesagt. Ja. Da steht ein schwarzer Mann vor mir. Ich sehe das genau. Ich bringe das an meinem Inventar. Komm, ich kann Boomer. Nein, das hört sich von mir nicht. Du machst das nicht. Das sieht komisch aus. Okay. 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 Oh, nee. Haust du gerade auf mich oder steht hinter mir ein Baum? Metall. Du rennst falsch. Jetzt sind beide kaputt. Mann. Ja, schon scharf. Au. Ziehen. Oder töten. 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 Mhm. Kamelfleisch wär nicht schlecht. Kamelfleisch wär nicht schlecht. Mhm. Stroh. Und Holz. Und da ist das andere Pferl. Nyaum. Schade, Mensch. Ich erkenne mal an den schwarzen Füßen, dass das männlich ist. Ja, Moment. Erkenne ich das auch bei Warner? Na klar. Ich bin durch und durch männlich. Okay. Okay. Ey, Nero kenne ich nicht. Gute Nacht, Nia. Schlaf gut. Gute Nacht. Wie er es auch eins zu eins hinbekommt, ne? Dieses Nachsprechen. Okay. Okay. Er hat das auch lang geübt. Ja. Ja. Okay. Stundenlang zu Hause. Freaky. Du bist halt an der Höhle, oder? Ja. Ja, ja. Auf dem Zebra vor mir wird ein schönes Mädchen. Ich möchte gerne wissen, was sie gerade trägt. Nicht viel. Partyhut. Ah. Das sieht so falsch aus, wenn das jetzt jemand auf Twitch sieht. Da reitet Nackte mit Partyhut auf dem Fähr. Ja. Wow. Wow. Beauty. Nein, ja. Nein, ja. Warum machst du da so Boobsgeräusche mit? Du magst das kaputt. Wow, hast du mich jetzt getwitten? Ja. Aber warum? So, wo haben wir noch mehr Bäume? Ich brauche mehr Bäume. Herz voll toll. Ja. Hier ist noch ein Eisenfelsen hier vorne bei uns. Mun, jetzt folgt dir. Solltest du vielleicht ausmachen. Du hast noch einen langen Hals.